Es hat ja schon Tradition, dass die Deichstube vom Abschlusstraining des SV Werder Bremen berichtet. Das wollen wir natürlich auch heute machen, aber siehe da, wir sehen nichts. Denn der SV Werder Bremen-Training ist nicht wie sonst beim Abschlusstraining öffentlich und draußen, sondern dort in der großen Schüssel. Dort, wo am Freitagabend das Abendspiel Werder gegen Schalke auf dem Programm steht, ja nicht öffentlich, geheim. Na ja, geheim, sagte dann Florian Kohfeldt, so geheim wäre das gar nicht. Die wollen noch mal ein bisschen Stadionatmosphäre schnuppern. Ne, genau, die Erde ist ja auch eine Scheibe, deswegen glauben wir das natürlich auch. Ich glaube ja vielmehr, dass der junge Mann, der Kohfeldt, da ein bisschen was tüftelt, dass der sich ein bisschen was ausdenken möchte, oder der hat sich wahrscheinlich schon was ausgedacht, um die Schalker dann doch noch zu überraschen. Der andere Tüffler, der Tedesco, der Domenico Todesco, der da ja ziemlich unter Druck steht und, ja, notgedrungen eine neue Mannschaft zusammenbasteln muss, die dann so, ja, ihm den Popo retten soll in seinem Entscheidungsspiel am Freitagabend hier. Denn wenn er hier noch mal so untergeht wie gegen Düsseldorf bei diesem 0 zu 4, dann dürfte das für ihn als Trainer beim FC Schalke 04 gewesen sein. Naja, und das weiß natürlich auch Florian Kohfeldt. Und man hatte heute das Gefühl, gestern haben sie auch schon nicht öffentlich trainiert. Er sagt ja, er war auf Platz 11, da konnte jeder hin, so ein Rentner hat neben mir gestanden. Aber es wusste keiner. Und ich denke schon, dass der da was im Schilde führt. Meine Vorstellung wäre es, dass vielleicht Claudio Pizarro von Anfang an spielt. Also mit Raute und zwei Stürmern vorne. Wie wäre es denn damit? Einziger Haken an der ganzen Geschichte, dieser Pizarro-Effekt, der würde wegfallen. Also, dass dann Pizarro nach der 60. Minute kommt, das ganze Stein nochmal aufsteht und schreit und brüllt. Vielleicht beim Stand von 1 zu 1, oder wenn es ganz dumm gelaufen ist beim Stand von 0 zu 1. Und dann kommt die Wende oder die Erlösung. Da steht ja Florian Kohfeldt total drauf. Stehen wir ja eigentlich alle in Bremen drauf, wenn der Pizarro dann kommt. Das würde er sich dann mitnehmen. Deswegen vielleicht auch ganz normal wieder im 4-3-3, oder auf jeden Fall mit normal drei Stürmern vorne. Wir wissen das nicht. Fakt ist auf jeden Fall, dass Milos Veljkovic Sebastian Langkamp den an der Schulterverletzten so starken Innenverteidiger der letzten Wochen ersetzen wird. Das hat Florian Kohfeldt verraten. Er hat auch verraten, dass Julia Osako noch nicht dabei sein wird. Dabei ist sein Rücken schon viel besser geworden. Aber noch nicht gut genug. Denn jetzt fehlt ihm so ein bisschen Lunge, würde ich sagen. Der hat noch nicht genug Kondition für ein Bundesligaspiel. Soll erstmal nochmal Aufbau betreiben. Martin Harnik ist wieder dabei. Wird auch ganz sicher im Kader stehen. Bei Finn Balz hat Florian Kohfeldt noch gesagt, ob das Comeback jetzt schon kommt. Das war ja in Flensburg am vergangenen Wochenende bei der U23 sehr erfolgreich. 60 Minuten gespielt und kurz vor der Auswechslung schön getroffen. Da wusste er noch nicht, ob er den mit in den Kader nimmt. Da müsste er auch wahrscheinlich wieder einen streichen. Deswegen ist das nicht ganz so einfach. Mein Tipp, der ist dabei am Freitagabend gegen Schalke. Und halb meiner Kicker-Manager-Mannschaft, wo ich aufstellen musste, da habe ich ihn reingenommen. Denn der Junge, der wird eingewechselt und macht wahrscheinlich ein Tor. Das sind meine Träume rein. Die sind nicht so wichtig. Wichtiger wäre, viel wichtiger wäre ein Sieg des SV Werder Bremen am Freitagabend gegen den FC Schalke 04. Denn nur so kann weiter von Europa geträumt werden. Ansonsten muss man den Traum so ein bisschen weiter nach hinten schieben. Vielleicht kommt er ja dann nochmal wieder. Aber erstmal wäre das ausgeträumt. Wir können uns auf jeden Fall auf eine tolle Atmosphäre freuen. Denn die Hütte ist voll. Ausverkauf 42.100 Zuschauer, 4.500 Schalker sind auch dabei. Und bin echt gespannt, was das für ein Spiel gibt. Ein Fußballfest, hat Florian Kohfeldt gesagt, wird es wahrscheinlich nicht. Denn dafür werden die Schalker schon sorgen, indem sie wahrscheinlich sehr defensiv, sehr hart, sehr aggressiv zu Werke gehen werden. Also gut Fußball spielen wird man da nicht können. Werder muss diesen Momente überstehen, besser als sie das in Berlin gemacht haben. Dann werden sie hier auch als Sieger vom Platz gehen. Und ihr lest natürlich alles, Live-Ticker und Co. Alles in der Deichstube, in der App oder im Portal. Viel Spaß! ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020